abends zur arbeit und mitternacht ungefähr ist es jetzt noch ab und zu mal ein schlückchen jack denn jetzt kann glaube ich nicht schaden brennt ein bisschen schon ganz intensiv im geschmack natürlich single barrel select ganz langsam gehen so die kam okay for the wall we wait we also can paint in in the restaurant the stairway also need to paint inside but look bow for the for the sand i think we have to buy more no have to be until here i think no and also look when you have the hole the water will come in you see huh here have to make so the water cannot no hole no otherwise the water come in there but when he might kai signer sunday no 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 okay maybe i think we need a brahman uh harm or huh but you need right yeah later here okay later here you see here you see here the water will come in here we have to make so Ja, heute Nacht und vielleicht ein Pfeil auf dem Topf, weil wenn von Dok, ich denke, von Dok, Brahman, hier. Ich kann nicht sehen. Aber wenn du hochst, kannst du nicht sehen? Ja, kannst du nicht sehen, kannst du nicht sehen. Aber normalerweise kannst du nicht sehen. Wenn ich aus dem Ruhm kreier, kannst du nach oben gehen? Ja, für den Ruhm ist es okay. Aber du kannst in der Ruhm gehen, kannst du nicht sehen. Nein? Ja, kannst du nicht sehen. Du hast einen Block. Ja. Ja. Da war ein Problem, dass du nicht in der Ruhm gehen musst. Okay, und dann kann mein Freund kommen, aber nur für mich die Leute kommen. Oh, so viele Leute können sie in den Pott gehen, von der Materie? Ja, von der Materie. So, ich glaube hier ist die Palme am besten aufgehoben, wenn wir das jetzt mit Sand aufschütten in dem Pott hier, dann hat sie doch ihren Platz eigentlich. Okay, Mommy, maybe you have to put, wait, 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 maybe put some tape, huh? Or maybe take a look more and make a little bit zzzzzt, huh? Ja, I think it's okay, ja? Stört nicht, passt. Ja, okay, gut, gut. Okay, Chad macht jetzt die Vorhänge runter, das haben wir auch schon ein bisschen sauber gekriegt hier, aber müssen wir mal schauen, mit was wir das sauber machen können. Ja, jetzt werden die Vorhänge, dann werden die gewaschen, dann wird hier alles gestrichen und dann wird neu eingerichtet. 60 Zentimeter, da kommt ein Couch hin, ich habe jetzt ein Eisenbett hier machen lassen. Hier lasse ich auch so ein Eisen, eine Eisen Couch machen. 60 Zentimeter hoch, ganz einfach aus dem Grund, 60 Zentimeter weiß Wasser und ich hoffe ja nicht, dass es dann das nächste Mal noch höher ist. Oder beziehungsweise hoffen tue ich ja, dass es nicht mehr passiert. Die eine Pumpe, die sie da vorne angebracht haben, beim Biergarten, vielleicht bringt es ja was, so eine Riesenpumpe, keine Ahnung. Wird sich weisen, wir hatten jetzt aber Gott sei Dank nicht mehr so einen massiven Regen und es ist auch kein Berg mehr abgerutscht. Vielleicht ist ja erstmal alles abgerutscht, was abrutschen kann, bis sie wieder weiter Raubbau betreiben. Ja, aber so ist es halt. Aber es wird so langsam, das ist unsere Loft, die wir vermieten. Da können vier Leute drin schlafen, mit Kindern halt oder zwei Erwachsene, zwei Kinder. Da ist noch so ein Stockbett dann drin für die Kinder. Ja, okay, dann schauen wir mal, was wir heute noch alles machen müssen. So, jetzt habe ich gerade die Couch ausgemessen, die kommt dann hier hin, auch aus Stahl. 60 Zentimeter hohe Beine, wegen der Überschwemmung. 60 müsste so einigermaßen passen. Ich glaube, höher war es nicht. Und, naja, wenn es noch höher ist, da kann es ja nicht 80 Zentimeter hoch machen. Da soll es 80 Zentimeter hoch machen. Da waren noch Löcher drin. Da werden natürlich das Wasser schön durchgelaufen. Da müssen wir halt schauen, wie er das zubringt. Da werden wir auch noch ein paar Säcke wahrscheinlich holen müssen. Lulu kann helfen. Aber ich denke, wir sollten das erst cleanen, oder? Ja. Otherwise, wenn man alles um es schlafen, wird es wieder schlafen. Aber wie kann man das cleanen? Mit Turpentine? Ja. Okay. Today, man kann mansonen. Huh? Man kann mansonen. Ja. Mansonen, ich weiß nicht, aber Turpentine, oder? Maybe, oder? Maybe, uh, ja. If nicht, dann vielleicht ein Baking Soda mit, uh... Für die Klinge? Ja. Für die Klinge? Ja, das ist der Kamerler Biergarten. Der wurde gerade abgerissen, beziehungsweise da wird wohl ein Parkplatz hinten rein gemacht. Ein Teil der Bar bleibt bestehen. Angeblich betreibt es dann das Hotel. Mal schauen, ob das so stimmt oder ob der Greg wieder zurückkommt, der das vorher betrieben hat. Wir werden es sehen. Mehr weiß ich nicht. Aber ja, anscheinend brauchen die mehr Parkplätze hier, das Tschabana. Und da musste der Biergarten, der ja wirklich schon lange da ist, der war schon hier, als ich nach Kamala kam, oder nach Phuket. Vorher hatte das ein Bäll hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Rudi. Genau, Rudi hieß der. Na ja, schauen wir mal, was passiert hier. Ja, die Bauarbeiten hier am Biergarten. Wie man sieht, der Großteil wird verschwinden. Schauen wir mal, was wir draus machen. Lassen wir uns überraschen. Und, äh, ja, wollen wir sehen. Schade eigentlich. Der ist schon sehr lange hier. Da hinten waren ja die Toiletten, Billardtische, erstmal alles weg. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke! Super! Give me five! Yeah! Ciao!